Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Eroshiba und das ist Super Seducer. Heute lernen wir im Verführungssimulator, wie man Frauen richtig verführt. Ich bin schon ganz gespannt und freue mich auf die vielen tollen Tipps, die ich jetzt bekommen werde. Und haben wir dann nicht einen Hübschling-Schönling? Hübschling-Schönling. Wundervoll. Ich bin schon ganz aufgeregt. Legen wir einfach los. Ich habe dieses Spiel entdeckt und eigentlich hat es mein Freund entdeckt und hat es mir erzählt. Ich habe mir gedacht, ich muss es mit euch spielen. Ich muss einfach. Es ist so lustig. Okay, Kapitelauswahl. Ah, Kapitel 1. Frau auf der Straße. Kapitelinstruktionen. Erkundet 0%. Du gehst und eine Frau bemerkt, wie du sie beobachtest. Schaffst du es, dass sie stehen bleibt, mit dir spricht und dich wiedersehen will. Ziel, sofortiges Date. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Oh Gott. Direkt von vorne ansprechen. Von vorne seitlich ansprechen. Gib vor, blind zu sein. Neben ihr hergehen. Ihr Nachpfeifen. Oh Gott. Hey, was geht? Neben ihr hergehen. Okay, also nachpfeifen ist furchtbar. Lügen ist blöd. Einfach neben ihr hergehen, weiß ich nicht. Hey, was geht? Neben ihr hergehen ist auch blöd. Das ist ganz komisch. Von vorne ist auch, da wird man auf einmal so gestoppt. Neben ihr hergehen. Stumm. Das ist doch top. Ist das der Stalker-Simulator? Von vorne seitlich ansprechen, würde ich machen. Schmeißt, schmeißt in den Chat, was ihr meint. Immer. Her damit. Ich mache jetzt mal das hier. Excuse me, just want to ask you something really quick. I'm busy. Oh. That failed because you gave, you made it too easy for her to just walk past you and brush you off. too close to the side, it means that she will likely do that as a reflex, like 90% of the time. Okay, er hat gemeint, weil wir das von vorne seitlich gemacht haben, ist es ein Reflex eigentlich schon, dass man einfach weitergeht, dass man dann immer sagt, nee, will nicht. Weil du hast ja die Möglichkeit auszuweichen. Ich würde F nehmen. Ungezwungen, aber du kommst in ein Gespräch rein. Echt? Na gut. Ich finde das auch weird, ja. Sag ich doch, das ist voll komisch. Äh, ich überlege gerade, ob ich euch irgendwie noch Untertitel anmachen kann. Hm. Ja, warte, wir haben ja die... Wir sind ja noch ganz am Anfang, ich kann kurz mal reinschauen. Äh, nee, da stand, was geht. Da stand, was geht. Untertitelgröße normal. Ich hab gar keine Untertitel gesehen. Ah, weil die nicht eingestellt waren. Okay. Das ist vielleicht für Leute, die nicht so gut Englisch können oder so, doch ein bisschen angenehmer. Okay, was machen wir? Ähm. Ich würde sie dann von vorne ansprechen. Das ist korrekt. Wenn du eine Mädchen auf der Straße stoppst, musst du direkt in fronte von ihr sein. Und auch genug Raum verlassen, damit sie sich aufzuhalten kann und komfortabel stoppen. Okay, was sagen wir zu ihr? Ja, direkt stoppen. Krass, okay. Ich hab dich gerade gesehen und wollte dir sagen, dass du sehr elegant aussiehst. Hey, hast du mal kurz Zeit? Hey, kenne ich dich nicht aus einem meiner Yoga-Kurse? Du bist echt hübsch. Ich würde dich jetzt gerne lecken. Mollen wir dich zusammen auf der Uni? Ähm... D, oder? Ich finde das mit dem Yoga-Kurs gut. D ist präferiert, Spaß. A klingt gut und schmeichelnd. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Kann ich euch etwas kurz erzählen? Ja. Ich habe dich gerade gesehen und wollte dich wissen, dass du sehr elegante lookst. Ich liebe diese Skirt, auch. Es ist wirklich summery. Danke. Das ist gut, weil du sie ein schönes Kompliment hast, es ist direkt, es hat sie schlafen und es hat sie fühlt sich zu dir. Es ist ein schönes Komplimenter Weg zu starten in der Straße. So, was hast du für heute geplant? Um, eigentlich gehen wir in den Park, um die Squirrels zu feeden mit meinem Freund. Was? Feed Squirrels? Ja. Und Ducks? Oder Squirrels? Nein, nur die Squirrels. Ja, wir haben sie für unsere Freunde. Was hast du ihnen? Und wie Hot Dogs. Ähm, Almonds? Almonds? Ja. Das ist ihr Favorit, oder? Das ist nett. Aber sie sind wirklich süß, nicht wahr? Sie sind sehr süß. Du möchtest Tiere? Ich glaube. Ja. Das klingt lustig. Ich habe das nie gedacht. Du kriegst Almonds und geh in die Squirrels. Du solltest es manchmal probieren. Okay. Und was machst du heute? Stell dir Fragen, damit sie die meiste Zeit redet. Du bist so hübsch, hättest sowas dagegen, wenn ich dich jetzt küsse. Du redest die meiste Zeit. Stell dir Fragen. Frauen reden gerne. Ja. Das ist nett. Und du spielst viel Zeit in dieser Bereich? Ähm, ich spiel, ja. Es ist eine schöne Koffeeshop. Hast du da? Ich habe. Aber ich werde einen Freund treffen, also ich muss gehen. Okay, was ist mein Name? Ist es sie oder sie? Zu viele Fragen. Viel zu viele Fragen. Die hat sich gefühlt, als würde sie ausgefragt werden. Echt? Okay. Das ist gar nicht so einfach, Frauen anzusprechen. Du willst eigentlich die meisten von der Konversation machen. Okay. So dass sie die Chance hat, relax, get comfortable talking to, snap out of the mindset that she was in, thinking about what she's doing and where she's going. So that's the right one. Ja. Es gibt ja Frauen neben ihm. Es gibt ja Frauen neben ihm. Es gibt ja einen schönen Ort, wo sie Fahrrad fahren und es ist auf dem Berg. Ja. Aber du fährst Fahrrad? Ja. Ich bin Englisch. Du weißt, was wir machen. Wie mit dem Pfad und dem Schuss auf. Okay. Das ist sehr fancy für Fahrrad. Ich werde es ändern. Okay. Dann siehst du mal, was wir für einen Druck haben. Ja. Ja, so hast du recht gehabt mit A. Ähm. Nutze das Inspizieren ihrer Ohrringe als Vorwand, sie zu berühren. Ja, nicht so schnell, Casanova. Fange an, an dir rumzuspielen, um sie scharf zu machen. Das will ich auch. Das will ich mir das anklicken. Finde einen Vorwand, dein Hemd auszuziehen, um deinen Körper zu zeigen. Frage, was sie beruflich macht, weil sie nach einer Künstlerin aussieht. Frage sie, welcher Haarschnitt dir ihrer Meinung nach stehen würde. Das ist wahrscheinlich das Unverfänglichste, aber ich muss es nehmen. Es tut mir leid, ich muss es nehmen. Ich mag Schöne. Ja? Ja, und ich mag Knöte. Ich mag, äh, Cashews. Oh mein Gott. Was? Was? Oh, verdammt Pervert. Du magst Knöte, du sagst. Oh, so gut. Errungenschaft. Offensiv. Oh, jetzt seht ihr die Errungenschaften. Ja, diesmal auch. Ähm, C oder E? Ich will ihn sehen. Was? Achso, ja. Okay, machen wir. Ja. Hallo, Leute, Hämchen. Ja, das war zu schnell. Ähm, also ich persönlich, jetzt ernsthaft, würde sie das, ich würde das mit dem Haarschnitt machen. Ja, speaking of squirrels, you can help me with this. Okay. I was thinking of getting my hair cut. What do you think? Do you prefer long or short hair? Um, I kind of like the long hair. Yeah? Have you ever put it back? Well, like in a ponytail? Yeah. Yeah, I tried that. Maybe try it more? Could do, yeah. You think it looks, it's still like masculine? It's alright? I kind of like it. Okay. Nice one. Thanks for the advice. Sure. Yeah. And psychologically, it's important to remember that asking for advice on dumb stuff, as if you don't know what you're doing, is not such a good thing to do in the early stages with a girl. Ja, verstehe. Bist du single? Na, das ist viel zu schnell. Fragst du nach ihrem Namen und sag dann, dass du auch so heißt. Bitte. Schau unter ihren Rock! Ja! Hey, you got something on your foot though. Let me just get it. Hey, what the fuck? Yeah, du auch gleich die. Entschuldigung. Okay, stell dich vor. My name is Richard, by the way. Hey, nice to meet you. And your name? Alexa. It's good that you have a name. I was just waiting for it a while, but it's good that you have one. Thanks. Rather than just asking her name, you can always introduce yourself. It's a little bit different to what most guys do, and it's a positive difference. Ah, stimmt. Einfach von sich aus. What kind of things do you like to do in your free time? I actually don't have a lot of free time. I work a lot. So when I'm not working, I like to be outside. Yeah. Yeah, I try to be outdoors as much as possible. I actually bike where you mentioned. Okay. Yeah, I just try to be outdoors. Are you one of these active people that's always doing stuff? Yeah. It's hard for me to stay sitting down. I'm not couch potato. Well, every now and then, but in general no. More active than down. Okay. I'm kind of semi-active. Yeah. Like I do some active stuff, but actually I prefer it when, you know, someone else plans everything and they like, come to this. And I always say yes. Okay. Given the choice, I often just chill at home. That's fair. Mhm. Mhm. Kann ich deine Telefonnummer haben? Hör mal. Ich treffe mich jetzt mit ein paar Freunden, aber ich würde dich gern wiedersehen. Wie lautet deine Nummer? Fasziniere sie mit deinen Hobbys. Mir gefällt dein natürliches Aussehen. Ich mag keine Frauen, die immer so gut wie möglich aussehen wollen. Oh, das ist voll die Beleidigung. Nicht der. Das geht gar nicht. Ähm. Ich würde das hier nehmen. Du auch. Ja. Ja. B. Okay. Listen, like I said, I'm meeting those friends, but why don't you give me your number and we can keep in touch maybe meet some time. Sure. Sure. Okay. Cool. Nice one. Have fun. You too. See ya. Uh. Hat geklappt. Well done. You got a fake number. Not good enough. Shit. Oh, ich habe eine Fake Nummer bekommen. Was nehmen wir denn dann? Aber fasziniere sie mit deinen Hobbys. Hört sich doch total blöd an. Aber das ist das Einzige, was da noch halbwegs geht. Das ist mein Dimitri. Ja, das geht. Ja. 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 Und das ist gut. Ja. Ja, das ist gut. ich mir auch irgendwie. Programmierer und zeige Leidenschaft dafür. Programmierer und das ist echt langweilig ist und du es nicht magst? Ich glaube, die meisten Programmierer mögen es. Programmierer aber wechselt das Thema zur Philosophie? Sagt du, wer ist ein Model Scout? Arschmodel, ich finde Arschmodel super. Du kannst auch Arschmodel werden, wenn du willst. Ach, ich liebe das. Programmierer und zeige Leidenschaft. Ja, ich arbeite in IT und ich liebe meine Job. Ich denke, dass Leute denken, IT ist boring, aber es ist jetzt der wichtigste Bereich. Es gibt so viele cool Unternehmen. Ich liebe meine Job. Ich bin so froh, dass ich jeden Tag arbeiten gehe. Es ist fascinant für mich. Das ist großartig. Wenn du einen Job hast und du denkst, dass es boring ist, das ist nicht wichtig. Das muss man tun, ist zu zeigen, dass du eine passion for something. If you do like your job, even if you think other people are not interested, speak passionately about it and you can get them to buy in, feel at least the emotion, even if they don't understand it that well. So, you know, don't worry about it being boring, worry about how you tell others about it and hope that your emotion will be contented. Wie die einfach nur da liegt auch, ne? Und ihre Wöpfle rausstreckt. Vor allem erst, ich mag es eher, wenn andere was planen und bin eher Couchpotator und jetzt mache ich alles. Biken, klettern. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Was für ein Scheiß. Der lügt die halt voll an und sie merkt es gar nicht. Oh shit, was war die Frage? Was? Nur wenn sie aussehen, als ob sie unbedingt gefickt werden wollen. Ich weiß nicht, was die Frage ist, aber die Antwort ist super. Ja, da gibt es eine spezielle Qualität, die ich für. Und ich würde only stoppen Mädchen, wenn sie das gleiche ist. Okay. So, es gibt etwas ganz spezielles. Do you want to know what it is, die Qualität? Ja, ich do. Well, es ist einfach, wenn die Mädchen sieht, wie sie sterben zu f***. Und basically... Excuse me? Ja, wie sie ist bereit zu bang. No, das ist vulgar. Das ist wirklich vulgar. Vulgar? Ja. No? Ja. Warum? Also Schimpfwörter? Wieso sollte man keine Schimpfwörter benutzen dürfen? Das ist eh so geil, wie ihr alle Frauen so über einen Kamm schert. Einfach so, bei Frauen sagst du das und das und das und dann klappt es immer. Und keine Schimpfwörter sagen. Äh, spaßige sexuelle Anspielungen sind doch lustig, wenn sie den Humor hat. Ja eben, das kommt ja ganz auch auf den Typ an. Ja toll, jetzt kommt die Frage nicht mehr. Was war die Frage, Leute? Ich bin Bestatter. Viele finden das todlangweilig, aber ich finde, es gibt einem so viel Wärme. Äh, weißt du auch nicht? Okay. Ähm, wir machen das oft, wir machen es nie. Da können wir zumindest sagen, dass wir Single sind. Dann lenken wir das Thema auf Single sein. Aber das wäre gut. Ja, aber das wäre gut. Aber das wäre gut. Gut gemacht. Gut gemacht. Danke schön. Hör mal, ich habe ein paar Minuten Zeit. Warum trinken wir nicht einen Kaffee? Hör mal, ich treffe mich jetzt mit ein paar Freunden, aber ich würde dich gern wiedersehen. Ach, dann kriegen wir wieder die falsche. Gib ihr deine Nummer. Ach, das ist gut. Weißt du, ich wohne hier ganz in der Nähe und habe sturmfreie Boot. Und dann kann sie überlegen, ob sie das macht. Und da ist Richard. Gut. Oh, have fun with your friends. Ja, du auch. Ciao. Giving a girl your number and not taking hers is very pointless. Es leads to, you know, a chance that you're never going to see her again. Totally up to her, depending, you know, how busy her life is and what she's got going on. In most cases, girls don't like making the first move, so it should be up to you to take the number if you like her and do the right things so that you see her again. Oh Mann. Ja eben, das ist dann safe, dass sie stimmt. Aber okay. Er meint, dass die Frau eh nicht sich melden würde. Wie kommt er da drauf? Ich habe ein paar Minuten Zeit. Warum trinken wir nicht einen Kaffee? Ja, okay. Echt? Die geht mit uns sofort einen Kaffee trinken. Oh, hätte ich nicht gedacht. Also nicht klettern gehen oder so. Plattwist, sie mag keinen Kaffee. When you stop a go on the street, you need to be directly in front of her and also leave enough space, so that she can slow down and comfortably stop. Okay, jetzt sagt er einfach nochmal das Gleiche. Richtige Entscheidungen, 88,89. Welche Entscheidungen erforscht. Kann ich das auch nochmal durchklicken? Ja, dann haben wir ja schon mal das Erste, damit ich ausfügt. So, that's the right one. The right one.